Welcome back, Brauch von Carrot2Go und der Antwort auf eure Frage, müssen für Pellets extra Bäume gefällt werden? Pellets bestehen aus Holz und zählen damit zu den sogenannten nachwachsenden Brennstoffen. Wird ein Baum verarbeitet, kann aber nicht alles als sogenanntes Schnittholz weiterverwertet werden. Zwischen 40 und 50% sind Sägenebenprodukte wie Rinde, Hobel oder Sägespäne. Entsteht also Papier, eine Bauplatte oder auch euer Esstisch, dann fällt das Material zu Boden, aus dem später eure Pellets gepresst werden. Holz ist ein wertvoller Rohstoff, der gerade in Österreich nahezu vollständig verwertet wird. Fazit, achtet beim Pelletskauf immer auf österreichische Qualität. So stellt ihr sicher, dass das Holz aus verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung stammt und vollständig verwertet worden ist.